Hallo Vera! Hallo zusammen! Eigentlich bin ich hier, weil ich euch gerne eine Bodybutter von The Body Shop vorstellen wollte. Aber ich war mir gar nicht bewusst, wie viele verschiedene Sorten wir haben. Und dann habe ich gesehen, dass selbst wenn ich euch was Fruchtiges empfehle, habt ihr eine unendliche Auswahl. Das ist zum Haare raufen. Ihr könntet euch zum Beispiel für Erdbeer entscheiden. Ihr könntet euch für Satzuma entscheiden. Ihr könntet euch für Mango entscheiden. Für die, die was Neutrales wollen, gibt es Vitamin E. Es gibt Shea Butter. Es gibt Arganöl. Und für all die, die was Blumiges nehmen, gibt es Moringa, italienische Feige oder Jasmin. Und und und. Die Auswahl ist unbegrenzt. Und wisst ihr was? Am besten kauft ihr sie alle. By The Body Shop. Bis zum nächsten Mal.